Moin Moin Leute, hier bin ich wieder. Der Johnny. Der Luki, der wird auch wieder dabei sein. Der kommt gleich. Ah, da gibt er auch schon. Ja, denn wir haben eine Überraschung. Und zwar haben wir in der Zwischenzeit, als wir nicht gefilmt haben, was gefunden. Nein, es ist kein Gold. Es ist Diamant. Doch, wir haben auch 2 Diamanten, 5 Golderz. Hier haben wir 23 Eisenerz. 24 Eisenerz haben wir in der Hölle. Und da haben wir, glaube ich, 57 drin. Ach du wirst es. Nein. Rechnen wir mal zusammen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben richtig was geschafft. Und das nächste Let's Play wird in der Hölle stattfinden. Wenn ihr jetzt denkt, ihr habt 2 Diamanten. Super. Da kann man sich auch noch nicht wirklich was von bauen. Doch. Eine Sense. Wir hatten nämlich schon 5. Und deswegen haben wir 3 verschwendet in eine Spitzhacke. Die in Honeyball ganz cool hast. Die sind ziemlich geil aus. Sie glänzt auch so geil. Auf jeden Fall. Aus 9 Nuggets kann man sich auch ein Gold machen. Also die ganze Quest nehmen wir uns einfach voll und dann kriegt man ein Gold davon. Ein Blockgold. Nein. Einfach ein Gold. Ein Gold. Nicht ein... kein irgendwie Block auf Gold, sondern ein Gold. Warte, das wollen wir mal überall raus setzen. Das habe ich vor ein paar Tagen ja vor. Und BAM! Das ist denn ein Goldbarren. Mehrere Goldbarren. Nee, es ist ein Goldbarren. Okay. Jedenfalls so. Und dann kriegt man sie wieder raus. Muss man genug Schweine... Oh. Impisch. Impisch. Töten und dann kriegt man da... Man kann sich auch aus einem Gold neuen Nuggets machen. Aha. Das gibt's aber auch. Okay. Ja. Wir bauen jetzt mal unsere Kohle und unser Eisenherz. Ja. Wir betreiben hier jetzt mal ordentlich was. Und holen uns jetzt Nitarak in diesem Let's Play. Und wollen uns auch gerne mal mit einem Zombie anliegen. Picks on you. Deshalb... Picks on you. Ja, Picks on you. Und auch mal mit einem Geist. Da kann man sich nämlich unverstecken, wie wir ihn natürlich wissen. Keine Bühne. Cobblestone... wird... hält das quasi ab. Aber ich muss jetzt mal gucken. Das könnte noch sein, dass die Derbs aggro sind. Kann aber ein paar. Okay. Da haben wir schon unser Geist. Das klingt mega. Das ging aber richtig schnell, sag ich dir. Und Geister sind mega fett. Wie will ich? Das ist gut. Ja? Ja. Oh. 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 Okay. Das kam aus dem guten Dingchen. Oh. Oh. Gleich geschwindet es bei uns. Dann macht's aus. Okay. Langsam komme ich aus. So hat der Geist sich positioniert. Und? Was wir, oder was ich... Ist eine Ender. Eine Ender. Oha! Dann findet man alles mögliche. Das ist auch in der Hölle. Dann finden wir so gut wie alles mögliche. Also da ist dann diese... Wie heißt diese Brickdinger? Ja, Endersteinschlein. Nein, nicht die. So richtige dunkle Sachen, wo man sich auch so Treppen und Zaun draus machen kann. Nicht Holz, sondern... Das ganz, das ist neu seit... Oh, das war knapp. Jedenfalls da aus befreien die ganzen Dinger. Und da geht's auch so geisterst vor. Das sieht man da aus. Ey, der kriegt mal alles. Okay, auf 3. Auf 3? Was machen wir auf 3? Reingehen. 1, 2, 3. Oh, das ist geil. Usch, usch, usch. Ja. Brauchst du zweimal. Zweimal? So, muss man erst mal sagen. Superman! Oh nein! Oh nein! Der hat's gestorben. Gott sei Dank, dass ich nicht meinen Diamant mit hatte. Ja. Das wäre nämlich doof. Das wäre ziemlich doof. Oh meine Güte. Ähm, wir gehen jetzt mal wieder rein. Und gucken wieder, dass wir unsere Sachen so gut erhalten wie möglich wieder kriegen. Wir gehen jetzt mal komplett unbewaffnet rein. Und werden gucken, was da denn lauft. Und bekämpfen mit diesen, äh, schicken Dingern, die dann am Zinserleisten sind. Geht. Geht. Oh je. Okay, ich hab, muss erstmal den Geist wieder auswendig machen. Ich hab ihn sogar schon ausgefällig gemacht. Ach, ich auch. Dann leben. Leben? Oh nein! Okay, wo wollen wir genau sterben? Hm. Wirklich nah an unserem Haus. Da brauchen wir gar nichts wiederholen. Gab's nix. Okay, dann werden wir jetzt mal eben auch mit hier sein. Ja. Ach, das ist nicht das größte Problem. Ich zeig euch jetzt mal was. Ähm. Boah, wir haben aber ne ganze, 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 ganze Menge Stein. Ja, auf jeden Fall. Wir haben daraus gewonnen, sondern ein richtig cooles, großes Stein. Und ich zeig euch jetzt mal, wo ich hier mal eben so auf einmal 24 Eisen gefunden hab. Ähm. Ab in die Hölle. Wie? Ach so. Immer in der gleichen Welt? Ach so. Immer in der gleichen Welt? Nicht in der... Nee, du bist immer in der gleichen Welt, nur am anderen Ort. In dieser Welt. Und genau das werden wir jetzt machen, an einen anderen Ort in dieser Welt gehen. Ja, bisschen Zeit haben wir noch, deswegen werd ich euch das mal eben ein bisschen zeigen. Da haben wir nämlich auch 40 Schienen gefunden. Wegen den... Wegen den... Wo hast du den Geist auswendig gemacht? Da! Irgendwo hinten. Und da hinten irgendwo. Und wo hast du den? So, er hat sich wohl... Pass schon. ...weggemacht. Okay. Oh. Äh, ja. Das war knapp. Ah, die Nummer! Das mag ich! Das mag ich! Das viele mit Spinnen. Mit Spinnen. Ich hab einen Spinnen-Spawner schon getötet. Äh, getötet? Ähm, die kann man mit Schwertern abbauen. Die, die, die... Ach, mit Schwertern? Mit Schwertern, ja. Und ich piek da immer drauf rum. So? Scheiß. Ja, egal. Mit allen Schwertern. Holz. Äh, wir müssen hier jetzt einfach ein bisschen rumlaufen. Erkunden und so. War ein bisschen Steinholen, oder? Oh, eine Menge Steine, die ich schon hatte. Ja. Das erhöht unser Steinniveau. Ja. Und wir werden jetzt bald mal einen richtig fetten Turm aus Stein bauen. Einfach so richtig. Wir werden nochmal so einen, ähm... Moschee bauen. Eine Moschee bauen aber auch. Darüber brauchen wir noch was. Aber der richtig groß. Ja. Aus Steinniveau. Nein. Nein. Ja. 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 Das haben wir auch keine Lust haben. Weil wir in der Hölle zur Zeit waren und dort nicht einfach nur gedacht haben, Entschuldigung, ey. Ich schäme mich. Mach ich doch. Mach ich doch. Kannst nicht mal wieder schreien. Mach ich. Okay. Hm. Ja, okay. Warum nicht denn? Gut. Eie, Eie, Eie. Eie, Eie, Eie. Eie, Eie, Eieisen. Eie, Eie, Eieisen. Eie, Eieisen. Sie sollt, Ohr. Eie, 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 Eie. Eie, 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 Eieen. Eie, 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 Eie. Da wollen wir mal hoch. Guck mal der kaltes Wasser... Uh. Häh, ich dachte Mensch, ist schon so. Nein. Warum war ich nicht? Okay. Okay. Der arme Kui war für gleich in Lava, wirst du uns daran laufen müssen. Fals. Wenn ich glaube, krieg ich das nicht. Ok, wir gehen jetzt mal wieder zurück. Ja, Kohle, Eisen, Eisen. Was ist das selbe? Eisen. Äh, brauchen wir jetzt grad nicht. Wir gehen jetzt mal wieder zurück. Kleisen. Ah ja, ne, wir kamen von den Richtungen, ne? Mhm. Scheiße. In meinem Keller lai ich. Oh Gott. Ähm, wie lösen wir das jetzt mal eben? Laufen? Geschickt. Laufen. Auch geschickt. Oder schickt. Waren wir hier schon? Ja. Da sind wir runtergefunden. Ganz, ganz. Hm. Hm. Kann ich mich gar nicht mit dran nennen. Hier und da? Nein. Nein. Wir sind doch so schön im Gang. Da hoch. Da hoch? Nein. Klemeln. Ich will nicht traf mich. Nein. Auch nicht hier hoch, denn werden wir wohl diesen Weg daneben. Wahld. Da! Hinter die! Hinter die! Hinter die! Mal einen Kurz gucken. Ja, könnte klappen. Wahld. Hier! Hier! Ja, da haben wir es wieder. Die gehen wieder zurück zum Höllentor. Und, oh, der arme Quiefer. Hä? Oh, die Höllenspinnen. Die verpassen dir gleich eine Giftspritze. Wie? Was machen die denn? Die verpassen dir eine Giftspritze. Höllenspinnen? Die Dinger. Hm? Verpassen dir eine schöne... Nein. Leider nicht. Die ganz normale Spinnen sind schwarz. Das sind Höllenspinnen. Die ist unlogischerweise in der Hölle. Habe ich sie zumindest noch nie gesehen. Willst du da rein? Ich will da auch rein. Komisch. Ich wohne zu dir auch. Willst du ja auch? Willst du einen Kaffee? Wir machen uns jetzt Freunde. Oh ja, ein Freundschaftslauch. Der ist ja doof. Mühw. Boah ey. Boah ey. Boah ey. Boah FIES. Wie er sich hängen kann. Fieh. Boah. Okay, ein bisschen haben wir noch, dann tu das da einfach mal rein. Okay, dann werden wir hier jetzt cutten. Falls wir noch mehr Zombies töten, mehr Creeper, werden wir vielleicht noch TNT. Das macht doch Spaß. Bye-bye. Bye-bye.